In TTT gibt es drei Spielergruppen, die Innocence, die Traitor und Detective. Damit die Traitor gewinnen, müssen sie alle Innocence killen. Die Innocence gewinnen, wenn alle Traitor erledigt sind. Die Aufgabe des Detectives ist es, die Innocence zu beschützen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Trouble in Tarrows Town. Meine Freunde, wir haben Freitagnacht, 3.14 Uhr und ich habe ein paar Bekloppte gefunden, um TTT zu spielen. Einmal den Steve. Hi. Ja, dann haben wir einmal Lame-O-Meter alias Lame-O-Meter. Hallöchen. Dann haben wir Chris Gold am Start. Mal start. Den schnarchenden Professor. Hallo. Und Bad Girl LP. Hallo. Mein Name ist Adam Ruhm und ich gebe die Runde frei und jetzt darf ordentlich eskaliert werden. Lapo ist es. Lapo ist es. Warum? Lapo ist es. Alter, nein. Lapo ist es. Ich glaube, der BD ist es. Lapo KOS. Lapo KOS. Was? Lapo KOS. Ah, ah. Lapo schießt sich auf. Ich höre auf. Lapo, höre auf. Ich gebe dir, Alter. Komm her. Jetzt freu ich mich weg, Alter. Lapo KOS, Lapo KOS. Ey, ich knall den einen ab, der will mich abschießen. Wo seid ihr denn? Ich bin, äh, wer bin, äh, ich bin der mit mir. Keine Angst, keine Angst, keine Angst. Lapo, geh weg. Ich schieße nicht der Gegensatz hier. Ey, man geht euch Gegensatz. Oh, das ist doch nicht wahr. Leute. Tot. Beide, ah, ich habe einen Inno erschossen. Das geht doch gar nicht. Wer ist es jetzt? Also die, also es ist, waren die beiden schon mal nicht da oben. Einer von euch vielleicht da oben. Also ich bin Inno, ich weiß es definitiv. Also ich, okay, ich erschüsse schon nur Innos, oder was? Das ist doch nicht in Ordnung. Oh, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Eine Frage kurz, wie kann man eigentlich von jemandem in seine Sicht richtig reingucken? Ich habe ihn so in der Verpursen. Ja. Danke sehr. Ich habe ihn so in der Verpursen, aber... Ja. Kollege Schnörschuh, kannst du nicht mit mir reden? Ja, ja. Musst du doch was nachladen. Ja. Ja, genau. Und ich bringe erst mal nur drei Innos um, das ist echt nicht normal. Wenn du in der Toteheit nix mehr, nicht lachen, leide sein. Für Detective. Ja, Professor, inno. Kannst du mal auf jeden Fall killen? Du, mich rufen jetzt. Lass mich in Ruhe. Ist der KOS? Ja, ja, klar, als Dete. Ne, ja, Professor, Steinmacher. Ich habe einen Deathringer gehört. Einer von uns beiden hat einen Deathringer. Nein, denn, der Professor ist auf jeden Fall T. Irgendwie hat Atta in Deathringer oder Laporte in Deathringer. Ich habe volle Life, also von daher, hier, siehst du mich ja. Ich habe Eno. Ich habe Eno. Einer von uns beiden hat einen Deathringer. Ne. Alter, hau mich wieder Krober einmal an, mach mir 20 Schaden, komm. Nein, nein, ich lasse es. Ich weiß ja nicht wer, deswegen lasse ich es. Einer von uns beiden hat auf jeden Fall einen Deathringer. Ja, oder wo man hin, wo man runterspringen kann, wo man Schaden kriegt? Keine Ahnung. Wo langert ihr denn hier schon wieder rum? Wir kuscheln untereinander. Ja, genau. Passt schon. Chris, wieso kommst du auf mich zu? Alle nicht. Alle auf, Flyke. Und Scroo. Und Medic. Ich habe Angst, dass es Chris ist. Ich weiß nicht, ob einer von euch ist und es gefällt mir gerade gar nicht, dass ihr in meiner Nähe seid irgendwie. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Chris, wie wuchstabiert mein Innozentrum rückwärst? Ich weiß gar nicht mehr, wer bei mir ist, wenn ich mal ehrlich bin. Enzo-ni. Enzo-ni. Chris, hat mich mit Menel-Launcher abgeschossen, ich habe gekillt. Och, Alter, das kann doch nicht sein, Mann. Mit Menel-Launcher, als Inno. Der hat einen Deathringer, der hat der Hund. Der Deathringer bestimmt. Ja, der hat einen Deathringer. Wo ist er? Der hinten. Okay. Abgekillt. Ich habe mich mit dem Launcher. Ach, der ist leer. Fuck. Ich habe mich mit damit. Ich habe mich mit gekillt. Nein, ich habe mich mit gekillt. Oh, der ist ein Traitor dann. Data, zu mir komm. Okay. Boah. Loot mal bitte Chris und sag auf Crittards drin sind. Data, komm zu mir. Ich wusste nicht, Data. Sie hat nur Lapometer gelootet. Hier, hier oben. Dete. Da, der ist da hinten. Dete, du musst hier hinkommen. Der war schon da, der hat schon gelootet. Nein. Nein. Kein Lapos, Data. Nein. Irgendeiner muss es doch wohl von euch sein. Ich habe mir dann Chris geschossen und der Chris hat auf mich geschossen. Ich habe noch einen HP, Alter. Dete? Ich glaube, dass es der Steve ist, oder? Wieso kommst du darauf, dass ich das bitte bin? Ich habe bis jetzt noch nicht mal irgendwas gemacht. Guck mal, ob da noch Crittards drin sind. Professor Steve, mal bitte zur Leiche kommen. Ich habe es mir gecored. Guck mal, ob da noch Münzen drin sind. Wie soll ich das denn bitte schön schauen? Hast du noch Crittards? Einfach E. Habe ich gedrückt? Ja, E. Und? Hast du Crittards gekriegt? Nein, ich habe nichts bekommen. Also ich weiß nicht, wie es das ist. Dann kann es Lapo sein. Hä? Weil Lapo hat die gleich hinter dir... Steve, du bekommst sowieso nichts, außer du bist Trader. Ich wollte dir nämlich sagen. Deswegen wundert mich das ja. Wie soll ich denn irgendwas bekommen, wenn ich nicht mal Trader bin? Ähm, du hast dich gerade schon selber verraten. Ist dir schon klar, ne? Wieso? Ich habe nicht mal... Du hast dich gerade sowas verraten. Warum sollte ich mich verraten haben? Wieso rufen den Dete hierhin, dass der hierhin kommt, um die Leiche zu looten, und du kommst hierhin und willst die Crittards abstauschen? Nein! Dann sagst du, ich habe nichts bekommen. Ich sollte doch gucken, soweit ich es gerade verstanden hatte, oder nicht? Nein, wir haben Dete gesagt. Ja, danach... Ach ja, genau. Ihr habt Dete gesagt, obwohl der Prof... Ja, genau. Der hat Professor Steve gesagt. Deswegen. Eben drum. Deswegen hat er... Ich dachte, er hat sich wahrscheinlich irritiert gefühlt. Ja, eben. Das ist nämlich so das kleinere Problem. So, also... Ihr müsstet euch bei allen, die Trittoren, ne? Ähm... Ne, jetzt geht es Overtime. Steve, wie lange haben wir noch? Wo soll ich das denn bitte wissen? Wir können es aber probieren. Das ist das Geilste, wie ihr daher? Ja, es ist. Fuck, ich habe keinen gekriegt, ne? Ich habe es auch noch gesagt, ey. Ich habe es aber versucht, nicht zu sagen, ey. Ich glaube, ich meine... Äh... Ach, Mann. Ich kenne auch nicht mal die Map, wo hier eventuell die Waffen sind. Das gefällt mir. Wir sind hier überall auch im Wasser verteilt und so weiter. Ich bin Trader. Okay. Das war ja wohl mehr als angekündigt, ne? So. Final. Nein. Wenn ich nicht manche leichte Frame-Tropps hätte, wäre das Spiel, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ja, leider. Ja, leider. Ja, leider. Aber seitdem mein PC sowieso auf Windows 10 geupdatet ist, habe ich sowieso FPS-Probleme wie Sau. Da oben ist einer. Ja, ich bin das. Ich bin das. Ganz ruhig. Deathwinger. Ich habe einen Deathwinger gehört. Ganz in der Nähe. Habe ich auch gehört. Wo denn? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Keine Angst. Ich wollte nur gucken. Ich hatte nämlich irgendwas gehört. Keine Angst. Die war das. Die war das. Was war ich? 100% schwarst du das. Du warst dieser Deathwinger. Ich habe hier nur eine Waffe. Ich kann sie dir sogar zuschmeißen, wenn ich wusste, wie das ist. Deathwinger ist keine Waffe. Oh ja, das ist schon wieder. Schon wieder, habt ihr gehört? Ja. Wenn ihr meint, das ist, bringt mich um. Dann bringt ihr aber ein Inno um. Das ist schon irgendwie klar. Also der Deathwinger, der wurde zweimal jetzt aktiviert. Zwei Leute haben den Deathwinger. Ja, wenn er aktiviert worden war, dann hat irgendjemand Schaden bekommen. Der, der Schaden hat, der ist nicht mehr. Ja, der wurde benutzt sozusagen. Das ist der, wenn ich jetzt jemanden töd, zum Beispiel, dass der dann halt, ne? Dieses komische Geräusch macht halt. Wenn man den in die Hand nimmt und einmal linksklick macht. Dann macht es dieses Kumpel. Zweimal habe ich das Geräusch, das gehört. Das heißt, zwei Leute haben den schon benutzt. Das heißt, wenn ich jetzt wahrscheinlich... Also ich war es nicht, ich war auf dem Dach. Ich war es auch nicht, das weiß ich. Ich war es. Da traue ich mich. Ich weiß, dass es einer von euch hundertprozentig ist. Du bist irgendwo geballert? Alter, bei mir sind gerade Schläge eingeschlagen. Ohne Spaß. Was? Bei mir auf dem Dach ist gerade ein Schlag von der Sniper. Gut, dass ich die Mag-10 habe. Ich glaube, du lügst und... Na, na, Po? Alter! Ernsthaft, du Vollidioten! Nein! Warte. Okay, das war ich jetzt aber nicht. Professor Seitenbach hat auf mich geschossen. KOS. Das ist jetzt nicht wahr. Oh, und Anta war unsichtbar. Ich habe es auch gesagt, einer von uns beiden. Ja, und wer hat mich jetzt gekillt? Ihr habt doch gesagt, der... Gute Runde. Professor, der Professor hat dich mit der Metal Launcher gekillt. Ah, super. Mieter. Aber Professor, das haben wir gut geregelt, wa? Ja, ja, richtig gute Runde, ey. Sauber. Ach, was ist das denn für ein Raum hier? Ja, hier hättest du den Teleporter gehen, dann wirst du weggeteleportiert. Ich suche immer noch eine Waffe, aber sonst passt es, ne? Im Übrigen, ich bin Enno. Gut, der Steve ist Traitor. Okay. Hat sich gerade verraten. Okay. Mieter wollte auf mich schießen. Alle halten mal die Fresse. Hast du jetzt eine Waffe, Steve? Ja, habe ich. Siehst du doch. Okay, sonst hätte ich dir mal eine Glocke gegeben. Nee, ich habe gerade eine gefunden. Oh, Lava und Steve der Traitor. Ja. Genau. Steve ist Dete. Ich glaube, ich glaube... Genau, der Defektiv ist mal eben der Traitor. Ist in Ordnung. Gut, dass du es gemerkt hast. Ich war bis jetzt nicht einmal Traitor, aber... Ich glaube daran, dass ich Traitor bin. Was geht bei dir? Okay, okay. Ich habe Angst. Zwei Leute bei mir. Looper und Bad Boy. Looper? 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 Wer bewegt sich denn hier so hin und her und so nervös? Wir doch nicht. Du bist das. Alter, wie? Du fällst da gleich runter. Ohne Kack. Da fall ich runter. Ich fühle mich hier leicht von euch Bösen beobachtet. Oh, hier unten ist es noch gemeint. Ja, ich bin schüttlich doch. Ja, nachher bist du der Traitor oder so. Ja, ja, ja. Bad Girl, Bad Girl, what you gotta do? Ja, eben. Du tust jetzt so von wegen... Irgendwas schießt hier? Das wollte ich auch gerade sagen. Ah, der Bad Boy ballert wieder wild in der Gegend rum, weil er einfach ein Bad Boy ist. Er ist ein Bad Girl. Alter, das ist mir doch zu blöd hier. Ich schmecke an der Nachte. Mir aber auch. Zau dir an der Nachte, oder was hier? Sehr langweilig. Auf den Schoß. Was hast du da gemacht, Chris? Warum, warum ist noch das? Chris und Lapo tanzen gerade den Regentanz mit. Ich habe sie dabei gestört. Jetzt kuscheln sie nicht mehr miteinander. Okay. Da hinten, ich habe Dings gekillt. Bad Boy hat eine AWP gekauft. Den hat ich Handy gedrückt. Wie hast du das denn gesehen, bitte? Ich habe das sofort gesehen, da hinten in den Planken hinten. Das ist eine AWP gekauft. Da hinten ist noch einer. Alter, wie... Ich jetzt sorg mal die Traitor-Leiche. Gut, ich bin Proven, ich bin Innocent im Übrigen. Und Proven. Wer, du? Steven? Ja, ich habe da Dings gekillt, den Traitor. Nachher hast du deinen eigenen Traitor-Kollegen gekillt. Jetzt geh mir doch mal aus dem Weg, das ist ja unfassbar hier. Das ist unwahrscheinlich. Du, solche Leute gibt es aber auch, die sowas zu. Wo hast du den Hin entzorgt? Das habe ich ja nicht. Also ich glaube, das ist Dings, das ist Lupa oder wie der Hals. Die sind die ganze Zeit zusammengelaufen. Warum ist das so? Äh, was? Der hat doch nicht geschossen. Guck mal, ich habe nur noch 70 AP. Geh da rein, ich habe da drin was geheilt. Da drin. Da gibt es nur einen Teleporter. Ja, und eine Heal Station. Außer der E-E... Eine Heal Station, ich habe nicht mal eine platziert, aber das ist okay. Du stehst hinter mir und ich soll da reingehen, oder was? Ich bin Indo. T-N-E-C-O-N-N-I. Ja, äh, also... Und, ähm, ich will mal kurz als Toter was sagen. Campen ist absolut verboten auch, ne? Was? Das sagst du demjenigen, der da oben die ganze Zeit auf dem Dach rumläuft? Ich kämpfe nicht, ich kämpfe nicht. Ich laufe die ganze Zeit hin und her, ne? Ja, aber die ganze Zeit nur auf dem Dach, also bitte. Au, au. Tete, Tete. Na? Hier ist Chris Leiche im Teleporterraum. Ich weiß ja nicht mal, wo der Teleporterraum ist, aber sonst passt's. Ja, komm mit, ich zeig's dir. Ich weiß nicht mal, wo du da bist. Ich call doch einfach, dann sieht doch, wohin laufen muss. Hab ich doch. Meinst du, das ist ein blauer D, oder so? Ja, hier rein, hier. Ja, aber gleich bin ich tot, ich sehe es gleich kommen. Au, der Atta-Boom ist drin. Geh weg, geh weg, geh weg, schnell, der Atta! Professor, lebst du noch? Ich lebe noch. Der Atta ist jetzt garantiert, Mann. Meinst du? Ja, der ist gerade reingekommen. Als ich dich gerufen hab. Da wollte ich wegmachen. Wer verschiebt hier? Fuck! Du hast auf mich geschossen, das hab ich nämlich gemerkt. Zum Thema, ne? Du bist mal eh, du bist poofed. Manboy! Ahhhh! Zum Thema Pruf. Bei so wenigen Männern können wir uns bewegen ruhig. Da ist auch einfach an meine Kanone gelaufen. Da hab ich mein Rohr ausgepackt, hab ihn weggesnaked und dann war alles so. Dein Rohr ausgepackt. Detective! Dein Rohr. Dein Rohr. Ja, ja. Ich auch nicht. Von meinem Hardcore-Cult. Wapp, 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 wapp. Wapp, wapp, wapp. Wapp, wapp. Ist okay. Wapp, wapp, wapp. Wapp, wapp. Wapp, wapp. Wer soll? Was? Wo bist du? Ich hab'n Deathlinger gehört. Wieso sagst du denn Death, Bad Boy, wenn du hier bist und am Leben bist? Also jetzt denken die Leute, ich hätte dich umgebracht. Hast du ja auch. Ja, ja. Du bist doch ganz böse, gib's zu. Wo ist der hin? Wo ist der weg? Gedanklich, dass wir schon zehnmal den Hals umgedreht. Also von daher. Ja, Gedanklich schon. Stevie, schieß mal in die Luft, bitte. Warum sollte ich? Ja. Schieß mal in die Luft. Schieß mal in die Luft. Bitte schön, hab ich. Und jetzt? Fühlst du dich jetzt besser dabei? Ja. Ja, viel besser. Ja. Jetzt hab' ich nen Einschuss weniger, das geht ja gar nicht. Äh, das ist doch überall. Was war das denn hier? Okay. Hey, wer hat die Disco geschmissen? KOS. Disco-Schmeister KOS. Dete ist tot. Dete ist tot. Der Chris ist dahinter gerannt. Ich hab'n gesehen. Geh aufs Dach, guck, wo der ist. Boah! Was zum Henke, was ist denn hier los? Die waren doch grad noch heute. Da ist ne Bombe geplatzt. Eine Leiche hab' ich gefunden, aber die andere weiß ich jetzt grad nicht, wo die Lunge hat. Ja, warum? Ja, Bad Boy? Warum identifizierst du die Leichen nicht? Ja, ich wollte es, aber dann ist da schon der nächste gestorben. Ja, ja. Bad Boy, Bad Boy, Bad Boy. Ey, ich war unten, wo der Dete oben abgeschossen wurde. Ja, ja. Ah, ich verpack hier in diesem scheiß Stuhl hier, das geht grad gar nicht, so. Chris, Chris! Nooo. Ach, Bad Boy. Ich bin jetzt nicht sterben worden. Steve, lass mal zusammenarbeiten. No! Boah, nice, Alter, nice, Alter. Fuck! Ich hab doch nicht gesagt, dass ich dieses ist. Ich hab wieder grad, was mir geleckt hat, Alter. Oh, der Witz, der mich von hinten gekillt hat, ne? Och. Der Babo ruhig, gell. Der Babo ist... Babo der Currywurst, oder was? Ja, der Babo ist mit... Der Lappo ist mit null Punkten am Start. Macht doch nix, dafür bin ich Dete. Ach, wenn. Ich hab mich null Punkte. Weil du null Punkte hast. Oh, nein. Hey. Hört mich jetzt aufzukehlen. Nur weil es schwarz. Jetzt hat er den Chris übernommen. Das ist ja gar nicht. Mein Spruch. Los mit euch. Also, ernsthaft. Runter vom Dach. Runter vom Dach. Runter vom Dach. Dieses Dach hier scheint nur so ne begehrte Sache zu sein. Kann das sein? Das ist ein Dach, das ist geclamed. Ich kill dich random. Ist mir egal. Runter. Am besten ist es nämlich... Spielen wir in der Map ohne das Dach da. Also, die ganze Zeit auf dem selben Ort ist echt langweilig. Aber jetzt ist es immer da oben, oder was? Jetzt sind da zwei Leute auf dem Dach. Runter. Ich knall dich ab. Geh runter. Hey Baby Launcher. Wer? Der Professor. Der eine auf dem Dach. Okay. Wo ist denn die Leiche? Schwarz hier runter. Irgendwohin. Werf. Nicht hin. Nicht hin. Ich komm werfen. Ja, ist doch gut. Fällt runter. Wenn der jetzt ja drunter geht und ist ja klar. Wow. 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 Ich hab nur noch jemand sterben sehen hier. Deswegen. Warum, 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 warum. Nein. Okay. Verdammt, du warst es nicht? Scheiße. Ich hab nur gesehen, dass du das weggemacht hast, Mann. Scheiße. Ah. 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 Ich nicht veins. Ach, Mann. So Mann. Nein. Er bewegt sich nicht. Ah. Ah. Du knallst den einfach ab falls. families. das steht ja und anstatt dass er sich da wegbewegt oder so aber er musste ja ich war der dringer drin und hat meine leiche gefunden gehabt und beide noch einer da dann das ist mein blog mein blog na ja professor sind wir einmal wieder traiter zusammen und dann machst du nur fachsinn das dach bringt kein glück du stirbst immer dort und ich habe die ganze zeit punkte damit gemacht jetzt da ist wieder einer auf dem dach natürlich der nächste auf dem dach es wird gekillt hier ist gerade umgefallen wahrscheinlich lapuma lapuma dort runter vom dach beide runter vom dach beide das ist mein blog dein weide du auch wenn du mich abschießt da bist du ne du bist kurs weil du hier oben bist schon wieder runter wie siehst du wir werden schossen mann Chris Gold schießt auf mich Chris Gold schießt auf mich da war nicht pass auf hier ist schon was geplatzt ja ich hab's gemerkt Chris war's oder nee ich hab's ja das ja das ja toll gut gemacht Betty Mensch Mensch so liebe Leute das war eine Runde Trouble in Terrorist Town auf der Map Trouble Island wenn es euch gefallen haben sollte dann lasst doch ein Däumchen da wo ihr es gerade seht in der Beschreibung bitte den Link zu den anderen und dann sage ich einfach mal ja habt noch einen schönen Tag Tschau, 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 tschau